Ah, das ist diese Scheiß-Kurve, ne? Alter, bin ich da fast runtergefallen. Nein! Nein! Bist du runter? Nein! Ja? Nein! 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 Nicht runterfallen! Jo moin Leute, willkommen zu einem neuen kurzen oder langen Let's Play, keine Ahnung. Ähm, und zwar spielen wir heute GTA San Andreas. Und haben wir irgendwas Bestimmtes vor? Ne, oder? Hm, einfach ein bisschen Scheiße bauen, genau. Ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, für die ersten Folge haben wir... Ja, erstmal irgendwo gehen. Erstmal, ähm, zur Polizeistation fahren, du kannst so lange noch irgendwas labern, ich muss da jetzt erst hin. Boah, fuck. Ich darf hier nicht diese Tanksleute berühren, sonst explodieren wir. Okay. Ähm... Unsere Türen einfach beide schon so... Wie so Ohren, Alter. Äh, fast schon. So, wir sind gleich bei der Polizeistation. Ich würde sagen, für die erste Folge machen wir uns jetzt einfach mal irgendwie keine... Oso. Den müssen wir jetzt, glaube ich, mal umfahren. Oh. Gut. Okay, steigen wir mal aus. Wir holen uns so ein Polizeiauto, würde ich sagen. Ne. Ich hol mir einen Motorrad, wenn's geht. Ja, dann hol ich den Motorrad. Ich hol mir schon, ich hol mir so ein normales. Aber weißt, was wir machen können? Ja, Motorrad. Wir können, wir können Leute stressen damit. Was, wie meinst du? Ähm, du machst die Mission dann, ähm, die... Hotelmission, weil wenn dann die Leute ausrasten, die du gerade nervst, dann werden die Rot, dann kannst du sie festlegen. Also, bei mir leckt so mega rum. Echt? Hast du's jetzt? Wow, Junge! Ich hab nichts gemacht. PIXER! Ich bin komplett gegen mich gefahren, erstmal richtig. Hä, was laufst du? Du bist gegen die Säule gefahren. Fang dich jetzt. Okay, ähm... Es gibt rote Punkte, sollen wir... Alter, warum steht das hier vor der Tür? Sollen wir die roten Punkte einfangen? Ja, das probieren, ich feite dir ja. Du bist halt so gut wie tot, aber es ist ja... Du bist halt so gut wie tot, aber es ist ja... Woppa! Ah! Ah! Ich mach dir, ey! Lass mal ganz... Hier ist ein Fahrrad, das müssen wir uns... Fahrrad, ja klar! Es scheint so, als wäre der ziemlich weit... Ah, ne! Der ist hier! Der ist hier! Hier ist er! Jetzt, jetzt! Was hinter mir? Ja, ich bin doch nicht... Ach, alter! Wo ist er? Da! Die Straße jetzt lang! Hier rechts, rechts! Ah! Ah! Ich war so behindert, ganz selten! Links! Ich sag dir, das ist immerhin schon mal vorkommen, richtig! Boah, wix, ja, bleib stehen! Lass dich facken! Öh, ich hab noch 3.500 Kohle, alter! Fuck, da... Wieso steht da plötzlich so ein Auto auf dem Weg, alter? Müsst du noch hintermücken? Ja, weil der riesen Abstand! Gibt mal Gas! Gibt mal Gas! Jetzt hab ich gleich weg, der Typ! Ich warte auf dich! Ich komme... Wow! Junge, sag mal, dass du direkt auf der Straße stehst, alter! Ja! Das ist ja nicht so richtig! Fast nicht reingefahren! Ja, das ist ja nicht so richtig! Fast nicht reingefahren! Ja! Äh... Ich hab... Aber jetzt hab ich grad zum Mikroppen gehört! Weil wenn wir dann... Da auf die Autobahn fahren, kommen wir da erstmal nicht mehr runter, weil es bei ihm lag! Woll! Ich glaub, wir haben ihn verloren! Ah ne, der ist jetzt da richtig weit weg! Warte! Dann sollten wir ihn mal rechts! Boah! Wo bist du da? Bist du rechts gefragt? Ja, ich bin jetzt so richtig scharf über oben gefahren! Und dann... Hallo? Ja, okay, du musst mich auf der Karte ja sehen, den Parallel zu dir! Ah, das hier ein geiles Auto! Ah, das hier ein geiles Auto! Ah, das kann man sich nicht nehmen! Siehst du mich noch? Auf der Karte! Ja, ich bin ja der andere Blaupunkt! Komm einfach hierher! So, einfach jetzt bin ich komplett Bullshit gefahren! Na, du bist doch hier bei mir! Na, du bist doch hier bei mir! Boah! 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 Was ist los? Wir können noch eine Challenge machen, wir können uns das ausdenken! Der eine eher kein anderer! Loi, wieso kommt jetzt plötzlich Musik hier?! Kommst du mal? Warte mal ganz kurz! Warte mal, bleib mal kurz stehen. Ja, okay. Hä, wieso hab ich jetzt plötzlich Musik? Das Radio aus. Das Radio aus. SFX leise. Boah, Stress ist ja. Ja? Kommt geradeaus mit ein paar Kriminelle. Ja, ne, lass jetzt beide so ein Auto hier nehmen und dann machen wir ein letztes Ziel, wo wir ankommen müssen. Also wo der eine ankommen muss. Rennen. Ja, ein Rennen. Kann ich das Motorrad nehmen? Nein. Alter Junge. Okay, du standst da so dumm auf der Straße. Du bist fast tot, Alter. Nein, lass beide das gleiche Auto nehmen, aber halt kein Rennen, sondern eigentlich, dass der andere irgendwie das Auto vom anderen zum Brennen bringen muss. Das ist Krimineller. Gerade hat mir vorbeigefahren. Ist egal, jetzt. Komm. Ja, okay, da fährt ihm schon ein Rennen. So. Ich hol mir jetzt so lange mal einen Auto. Wo bist du denn? Bin jetzt in die Garage runter, bei der Polizei. Station. Ja, ja, Junge, das war jetzt auch nötig, Alter. Jawoll. Parkt einfach direkt auf mir drauf. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal kurz gucken, ob ich... Weil bei mir leckt es irgendwie mega rum, wenn ich aufnehme. Ist ein bisschen dumm, ne? Ja, aber ich weiß auch nicht, woran das liegt irgendwie. Ja. Es zieht halt viel. Ich schau mal kurz was. Die Wichse kann weg. Ja, aber wie so es ja waren, bitte. Komm jetzt mal. Ja, chill. Ich geh nicht. So. Boah. Bleib einfach stehen. Okay, setzen wir uns irgendwo jetzt auf der Karte gehen. Ja, auf der Karte gehen. Map. Okay, ähm, ich würd sagen... Warte, wir gehen wieder zu diesem runden Flughafen, okay? In der Mitte auf diesem grünen, direkt in der Mitte. Nee, zu dem Eingang, wo man da reinkommt. Okay. Das ist die Straße, die da hinführt. Okay. Wer ist wen? Du jagst mich. Warte, halt noch nicht. Ähm. Okay, drei, zwei, eins, go. Alter. Ah, der Flug. Da ist einfach direkt hinter mir. Uh. Junge, nicht mich ausbremsen. Natürlich. Nee. Ich muss mir erstmal überlegen, wie ich da hinkomme. Fuck, ich bin komplett falsch gefahren. Ach, du kleines Huhn. Ich glaub, ich hab schon gewonnen. Scheiße. Ah. 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 Oh, ich bin gegen ein Auto gefahren. Ich hab noch ein bisschen Zeit reingebracht. Ich hab in eine Sackgasse gefahren, Junge. Junge, was machst du? Was? Ich warte grad extra noch auf... Oh, mein Spiel. Nee. Wär doch nicht. Ah, wieso warte ich denn, bin ich behindert? Wollte ich auch grad fragen. Was machst du eigentlich? Ich glaub, wir müssen jetzt jemal durch die Fußgängerzone durchfahren. Da ist ein krimineller. Fuck. Mein Auto ist gleich im Arsch, Alter. Was? Ich hab mich überschlagen grad. Auf der flachen Straße einfach überschlagen. Das war so hässlich. Okay, warte, dann machen wir... Komm mal kurz... Ich bin ausgestiegen. Komm mal ganz kurz. Joa, meine Chance, Alter. Komm mal kurz zu mir. Ich bin dabei. Komm mal kurz her, dann sprühen wir uns kurz weiter um, dann machen wir von hier weiter. Wenn das passt. Ja, ich dachte, dein Auto wäre gleich kaputt. Oh ja, scheiße, ja. Ja, weißt du denn, bleib ich jetzt extra, deswegen... Na, fett, das ist wirklich lieblich. Ja, nein. Na, gut. Joa, wieso bist du viel schneller als ich? Tja, mein Auto ist halt noch nicht kaputt, ne? Nein. Ich hab dir ja die Möglichkeit gegeben, nicht umzuspüren, weil du wolltest ja nicht. Halt mal die Fresse hier. Ja, das ist nicht an mir, dass du dich verlierst. Nein! Ich war natürlich auch genau gegen diesen Pfosten da. Ach, du bist... Mein Auto braucht schon. Oh, Junge, du bist... Alter. Ich bin gleich da. Wie? Ja, du bekommst ja nicht, du bist ja richtig weit weg. Ja, ich bin jetzt richtig langsam einfach. Ja, du kannst natürlich noch gewinnen. Aber es wird, glaube ich, relativ schwierig. Oh Gott. Kurve, ich bin hier rumgeschlädert. Wow! Alter, ich seh' die Straße nicht mehr. Wieso das denn? Ja, hier war grad so Bäume und dann irgendwie... wusste ich nicht, wo die Straße war. Ah! Ah! Ich bin hier fast runtergefallen! Oh! Ach, und da kommt fällt mir leicht runter. Ich nicht. Oh! Auf der Karte sah's aber hart so aus. Ich bin auch was runtergefallen. Jetzt hab ich plötzlich 43 FPS. Alter, hier ist grad richtig dunkel. Ja, echt nur. Oh! 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 들고 runter. Oh! Wo kann der Laut denke ich schon gesprochen? kangett in Ducksackuem wird. Im Wasser gehe ich einfach. Ach so. Dann hol ich dich ab und dann machen wir es nochmal neu. Alter Junge. Du wirst du verarschen. Das hast du Neuesinein, ganz ehrlich. Hier komm ich doch gar nicht mehr raus, oder? Weiß es nicht, ich seh' einfach gar nichts, wo ich gerade bin. Wo bist du denn? Da unten! Ja! Wirst du mich verarschen? Doch, ach, du bist beim Flughafen, du musst mich verkackern. doch da kommst du schon weg wenn du dir so ein boot nimmst ich komme auch mal aus dem liegt sowieso auf dem kopf steig halt mal aus warte kurz kommen wir kurz zurück nicht da doch fahr hier hoch und dann steigt aus deutlich wenig mehr ich glaube es sei da ein Stern, du musst mich vielleicht festnehmen Nein, du musst mich jetzt nicht festnehmen Alter, nein Joa, Victor Okay, dann komm Boah, jetzt bin ich hier in der Pampa irgendwo im Gefängnis Du bist ein bisschen scheiße Ich muss irgendwie versuchen, mich umzubringen Du kannst einfach ertrinken Hey, das geht doch gar nicht, oder? Natürlich geht das Ja, ich bin Ich springe jetzt zweimal runter, damit ich down Ey, wieso warst du kriminell, Alter? Ich hab dich abgeschossen Du bist so eine Nudel, ey Ich wollte eigentlich, dass dein Boot anfängt zu brennen, aber es hat nicht funktioniert Alter, ich muss noch zwei Sekunden eine Okay, wo bin ich? Ach du heiliges Hühn Ich bin jetzt hier irgendwo in der riesigen Stadt Ich bin zu blöd, mich umzubringen, Alter Naja, lass es doch, ich hol dich jetzt ab Ja, jetzt bin ich tot Wie cool, ist gestorben Hä, wieso hab ich nur so wenig Leben? Hähn Hähn Hältst du mal richtig die Scheiße? Endlich mit Wenn du mal im Krankenhaus bist Wo bist du in der großen Stadt? Ja Wo ist hier das Krankenhaus? Hähn Ah, warte kurz Ich hol dich ab, okay? Okay Dauert ein bisschen, weil ich durch die ganze Stadt fahren muss, aber so lang kannst du noch irgendein Dreckiges machen Dreckiges Dreckiges Ich kann zwar mit Motorrädern nicht umgehen, aber okay Doch eigentlich schon Was ist das denn hier für eine Stadt? Die hat so richtig karte Hügel Ah, ich bin zu weit gefahren Oh Ich schlag grad dein Motorrad zusammen Nein, nicht, das geht doch dann kaputt, Junge Nein, ich treff das nicht mal Ich schlag immer drüber So bin ich jetzt irgendwie beim Krankenhaus, ne? Ja, du bist hier nicht, ne? Doch Hä? Wo bist du denn? Wenn du jetzt, du schlägst jetzt nicht mein Motorrad, Alter Jetzt nach links Nimm dir das blaue Motorrad an Junge Was solltest Ich war Junge Ja, Junge, ganz sehr Du hast dir natürlich auch das Bessere genommen Ich hab jetzt so ne Harley, Alter Ja So ne Gammel Harley Okay, du, du jagst jetzt mich, okay? Nein, lass noch mal so rum, weil du hast der verkackt Ja, nein, nur und? Ne, 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 ne Ja, okay, mach Okay, warte, wir müssen uns sowieso erst einen Punkt aussuchen Ich würd sagen, der Flughafen in der, in der unteren Stadt Wo ist der? Ganz unten Ja, wie ganz unten? Ganz unten auf der Karte rechts Ah, ne Ne, warte, wir fahren da zum Strand, okay? Zu welchem Strand? Ne, zum Stadion Ja, wo ist denn das? Geh mal ganz unten rechts in der Stadt Dieser Kreis, oder? Dieser weiße Kreis Der ist aber nicht unten, sondern eher rechts Ja, hab ich Okay Gut 3, 2, 1, Hul Mitten an dein Motorrad ist 30 mal schneller als meins Da hast du recht Nein! Das wird lustig, glaub ich Fuck Naja, ich find auch, dass es lustig wird Aber du hast halt den Vorteil, dass du hinfahren kannst, wo du willst Und ich muss dir sozusagen hinterher, weil sonst kann ich dich ja nicht Ja, aber dein Motorrad ist ja für hier auch viel schwerer Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo du bist Die Straße einfach gerade aus Du bist genau in der richtigen Zum Glück, ey Ich glaub ich fahr hier grad total falsch Ja, du musst eigentlich viel mehr nach rechts fahren Ne, das meinst du Alter, hier ist Alter, hier ist Ja, ist ja gut Alter, wie ich da auf rumkammel auf zum Ding Ja, geil ist Und genauso schnell fährt das Teil halt auch Oh, Mann Wow Alter, ich bin direkt erstmal runtergeflogen Aber wenn du halt auch gegen jede einzelne Weiß nicht, was auch immer fährst Kommen wir, glaub ich, so nicht weiter Bist du schon wieder hinter mir? Ja Ich bin ein bisschen querfeld eingefahren Hä? Mein Controller funktioniert nicht mehr Jawoll Ah, da geht's geht er wieder Oh Gott Ich hab grad schon gedacht Wolang fahr ich hier eigentlich? Fütze Hab ich dich getroffen? Ne, du bist perfekt gegen die Wand gefahren Alter Boah Ich weiß ehrlich gesagt nicht grad, wo ich langfahre Einfach vor mir wegfahren, Alter Was ist passiert? Wenn kein Wasser ist, kann ich einfach hier langfahren Lass mich nichts Ich mach hoch Du auch nicht Oh, du bist so ein Mixer Gib Gas, Alter Alter Äh Nein Wo bist du, Alter? Oh, ich hab die Straße gefunden, endlich, Alter Fuck Nein Nein Hier ist einfach extremst dunkel, wo ich grad fahre Ach, ich seh nichts mehr, Alter Ich seh nur dich Zum richtig kleines Mikrohuhn vor mir Ich kann auch solche tollen Bewegungen hier machen Ach Alter, ich bin einfach viel schneller als du Ich bin richtig Ja, du auch Ich bin richtig Cool Ich bin richtig Ja, du auch Bist du auch Fuck Darum geht's jetzt aber nicht, Alter Scheiße, die Dinge sind einfach viel schneller Hehehe Ich muss mich nur noch irgendwie da runtergeworfen bekommen Nein! Nein! What the fuck? Das war richtig knapp, Alter Was? Ich wär besser runtergesprungen, Alter Was machst du, Alter? Dann wär ich down gewesen Alter, ich seh nicht Hier ist total dunkel Oh! Nein! Nein, du hast mich abgedrängt Du hast mich umgedreht, Alter Hey, du bist vor mir, ganz ehrlich Fuck Nein! Wild! Ich wär schon wieder fast hier runtergeflogen Wild! Alter, Walter Alter, Verwalter Unge, bleib mal stehen Haha, ja, 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 ja Ich könnt mir auch so'n Traktor hier nehmen Vielleicht gewin' ich ja da und wenn du... Wenn man hier auf der Seite von... Wenn man hier auf der Seite von... ...der Straße fährt... ...heh, so viele Nudeln, ey Oh ja, das hängt... Nein! Picken Bist du grad runtergefallen? Nein, aber du hast mich schon wieder abgedrängt, ey Das kannst du, Alter Ich bin gleich da Picken weil ich hier gerade richtig schnell wenn du mich jetzt triffst dann fliege ich halt ja hier fast wieder gegen den scheiß posten gefahren wo fährst du halt im festen so auf der seite von der straße jetzt wollte ich dich gerade raffen und in dem moment geht es runter ich habe das gewusst dass die kommt aber ich habe das nicht so spät wieder eingefallen ich hab's recht nicht haben genau da wo ich dich ran wolle gibt es einfach so eine richtige absteigen und ich fliege einfach übelst gegen das haus zu gehen du bist einfach du ganz ehrlich was kannst du ich will dass du mal runter fliegst oder so einfach mal ins haus ich fahr jetzt einfach die ganze zeit so ich bin noch drauf genau gegen die säule gefahren ich bin gerade fast gegen das auto das da gekommen ist ja jetzt gib mal gas hier Ich hab die falschen Öffnung gedrückt, wollte eigentlich hupen. Jetzt steigst du so ab und stirbst. Würde ich so feiern. Fuck ey, das gibt's doch nicht. Du hast aber das schnellere Teil, dann kriegst du mich trotzdem. Hinter dir ist jemand. Toll, der fällt mir jetzt aber nicht hinterher, ne Arne. Fuck, ich glaub meine Brems und so ist alles am Arsch. Ich guck grad die ganze Zeit nach hinten, wie du einfach nach der Slalom fährst. Ey, Mann. Bleib mal stehen hier. Ja, hier ist übrigens das Stadion, wollte ich dir nur sagen. Nein, ich hab gewonnen. Scheiße, Mann. Jawoll. Ey, wo bist du hin? Hier. Junge. Gefailt hast du. Was machst du, Alter? Ich fahr gegen ne Säule und gleich danach gegen den Baum, Alter. So, was machen wir jetzt? Gar nichts mehr, oder? Ne, okay. Ich würd sagen, es reicht erstmal. Jo, Leute, wenn's euch gefallen sind, dann geht's. Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr... Wenn ihr mehr von GTA wollt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben und auch auf unserer Facebook-Page mal vorbeischauen. Ah, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann auch auf unseren beiden privaten Channels vorbeigucken. Genau. Er macht Intros und ich macht Musik. Das könnt ihr ja mal gucken. Das sind die Links in der Beschreibung. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Haut rein und bis dann. Ciao. 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 Ciao.